Hast du dich auch schon mit deinen Kanten beschäftigt? Ich zeige dir, wie du deine Kante tunen kannst. Neue Bretter haben immer scharfe Kanten. Daher breche ich meine Kanten, damit ich nicht auf eine Rail einhängen kann. Wenn du ein neues Brett hast, empfehle ich dir, mit einer groben Feile die Kante zuerst einmal zu brechen. Und zwar gehst du mit der groben Feile an deine Kante und hältst sie ein wenig in einem neigigen Winkel. Und schliessst dann einmal so alles durch. Mit so einer Diamante Feile kannst du eigentlich, nachdem du die Kante gebrochen hast, mit der groben Feile mit dieser kleinen Diamante Feile die Kante noch einmal etwas feiner abrunden. Ich denke, du einfach zwei, drei Mal hoch und runter schliess. Wenn du mit dem Finger so drüber fährst, über deine Kante, dann spürst du deine Brauen. Das sind eigentlich so kleine Erhebungen. Und das sind dann die, die eigentlich die schlimmen Bales auf der Rail gibt. Du kannst die auch wirklich gut nochmal mit Diamante Feilen einfach so über die Kante hineinschliessen. Und noch ein wenig für einen Manikür-Feinschliessen. Hier hat es noch so einen Schliffgummi, sagt es mir. Mit dem kannst du auch gut einfach, wie du gerne möchtest, hin und her feilen. Somit nimmst du auch die ganz kleinen Brauen weg. Die zwei Feilen habe ich eigentlich immer dabei. In meinem coolen Highback-Test. Wie schön! Was der W Hammann? WDR define es gleich. Wie schön, wie schön! Ja, ich bin wirklich gespricht. Dieses Video ist auch immer wichtig.